Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zu einem News-Update-Video für ein paar Sachen. Ich werde nämlich durchlehrt jeden Tag mit Fragen und deswegen wollte ich jetzt einfach mal ein allgemeines Video machen, wie der Stand der Dinge ist zu meinen Coachings, Kursen, Giveaways, Mastermind und so weiter und so fort. Wir starten ja am besten mit den Giveaways. Ich habe es ja schon mal angesprochen, ich würde gerne so wöchentlich Giveaways machen, Start heute. Was ihr dafür tun müsst, nicht viel. Ihr abonniert mich auf YouTube, ihr aktiviert am besten die Benachrichtigung, weil ich streue das ein bisschen in diese Videos rein. Es wäre lieb, wenn ihr mir ein Abo da lasst auf Instagram bzw. ein Like auf Facebook, weil ich von da auch Menschen ziehen werde und sehen, okay, irgendein Follower auf Instagram wähle ich aus, zack. Und wir starten heute im Endeffekt. Ich dachte mir, warum nicht, wird jetzt nichts Besonderes sein. Ich werde euch 50 Euro direkt in euer PayPal schicken. Was ihr dafür tun müsst, im Endeffekt die drei Sachen bzw. vier. Und für dieses spezielle Giveaway jetzt für die 50 Euro Instant für Facebook z.B. auf euer PayPal Konto. Kommentiert dieses Video einfach mit Hashtag Rick, okay. Und weil es gibt so einen Generator im Internet, wo ich dann automatisch, wird dann einer gezogen, wenn ihr Bock habt auf die 50 Euro. Ich werde in den nächsten zwei, drei Tagen dann eben irgendwo das Video streuen, wo ich dann bekannt gebe, wer es gewonnen hat. Der schickt mir einfach seine PayPal E-Mail Adresse, du bekommst das Geld, fertig. Und natürlich für die Giveaways wird es immer wieder was anderes geben. Es wird eventuell gratis 30 Minuten Skype Calls, Themes usw. oder was auch immer, okay. Das heißt, ich werde mir immer wieder was Neues einfallen lassen, was euch definitiv helfen wird mit eurem Business, mit euren Shop, okay. Das zum Thema Giveaways. Das heißt, Hashtag Rick, R-I-C, rein in die Comments und in den nächsten Tagen wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Cool. Nächste Frage bekomme ich, wann launcht Ecom Hero nächste Woche? Ich werde ein Video auf YouTube veröffentlichen. Ich glaube, es wird so eher gegen Ende Woche werden, wo ich auch meine neue Marke euch vorstelle, okay. Das heißt, alle werden wissen, welche Marke ich mache. Und Ecom Hero ist ja im Prinzip, wo ich euch mitnehme und einfach alles offenlege, was ich mit meiner neuen Marke mache. Und natürlich, vom Preis her weiß ich noch nicht. Ich denke, da es ein ongoing project ist, wird es monatlich sein. Nichtsdestotrotz wird bis Weihnachten die Möglichkeit geben, dass ihr in einer oder zwei Raten bezahlt, so wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich mir noch überlegen. Das Problem ist nämlich, und ich appelliere auf jeden seiner Vernunft, dass ich relativ leicht kopiert werden könnte. Okay, das sage ich gleich offen und ehrlich, weil wenn ich sage, ich bin transparent, dann meine ich das auch so, weil ihr werdet alles sehen. Ihr werdet sehen, wie viel Geld ich ausgebe, Gewerbe, Steuern, mit welcher Supply ich zusammenarbeite, wie viel mich das kostet, die Marketingstrategien. Ich mache ein paar neue Marketingstrategien, die ich teste. Ihr werdet meine Facebook erzählen, wen ich targetiere. Das heißt, ich appelliere da auch ein bisschen an die Vernunft von jedem, wenn ihr das wirklich sehen wollt, wie ich dieses, mein Ziel ist definitiv, in die nächsten drei Jahre das Minimum zu 5 Millionen Euro Jahresumsatz zu bringen, was durchaus realistisch ist, meiner Meinung nach. Und ja, das heißt, natürlich ist es erwünscht, mich zu kopieren, wenn du Teil von Ecom Hero wirst, aber nicht mit den gleichen Produkten oder der gleichen Marken oder der gleichen Nische, sondern wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr mich komplett kopieren, aber eben eventuell in einer anderen Nische, weil sonst verfälscht das die Ergebnisse. Und mal schauen, ich hoffe, das wird alles so klappen, wie ich es mir vorstelle. Zu Ecomination, ich habe es ja auch schon erwähnt, es wird jetzt noch in den nächsten ein, zwei Wochen ein komplettes Update zum Thema Facebook-Modul geben. Ich werde eine neue Strategie vorstellen bei Ecomination und habt einfach immer ein Auge auf Updates. Ich habe einen eigenen Bereich in Ecomination drinnen, wo ihr seht, was neu ist. Okay, da schreibe ich immer rein, welches Modul, welches Modul. Wenn ich schon länger dabei bin, schaut einfach einmal die Woche rein. Es wird immer wieder etwas größer machen, so wie in den nächsten Monaten dann High-Ticket-Dropshipping, werdet ihr das eh erfahren. Gut, und jetzt zum letzten Punkt, Mastermind, wo ich relativ bombardiert werde jeden Tag. Die Seite ist noch nicht fertig, das heißt, das Video ist noch nicht fertig, was ich gerne auf die Startseite, das wird erst kommende Woche fertig sein, aber da ihr mich ja schon verfolgt kennt, habe ich mir gedacht, okay, für euch haue ich den Link rein zu der direkten Bewerbung. Das heißt, der erste Link bei diesem Video hier ist die Bewerbung an sich. Wir haben ja schon, keine Ahnung, 40, 50 Leute E-Mail geschrieben mit einer kompletten Bewerbung. Vielen Dank dafür, das wird extra ausgedruckt, das wird auf deine Bewerbung dazu geklebt, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz brauche ich von jedem dieser Bewerbung. Das heißt, ihr könnt euch jetzt bewerben. Wie es aussieht, weil viele fragen, okay, wann fängt das an? Jetzt über die Feiertage macht es keinen Sinn. Das heißt, am Bewerbungsschluss wird so zwischen 10. und 15. Januar sein. Dann werden wir die Interviews führen und danach möchte ich relativ zügig starten. Das heißt, Ende Januar, spätestens Februar zum Mastermind. Wie gesagt, das Video und die Salespage wird erst fertig kommende Woche, aber grundsätzlich im Prinzip der Aufhänger ist in 90 Tagen oder weniger zu einem profitablen Online-Shop. Das heißt, 10 Plätze, beziehungsweise 7 sind noch frei. Und ja, alles weitere, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne fragen, wie es aussieht. Ihr müsst auch keine Erfahrung haben, okay. Das heißt, wirklich, je nachdem, egal ob du schon einen Shop hast oder nicht, das können wir dann individuell bei diesen Interviews natürlich besprechen, wie wir das am besten machen, damit du, weil ich will, das Mastermind ist jetzt nicht so, dass du einfach, dass ich dir einen Shop jetzt aufbaue. Ich will, dass du es lernst und weißt, wie es geht, dass du, wenn du profitabel bist, wenn du dann vom Mastermind weg gehst, dass du natürlich immer größer wirst, okay. Das hat keinen Sinn, wenn ich einfach für dich jetzt einen Shop hierher mache und du hast kein Tau, was du machen musst, okay. Das heißt, wenn ihr auf solcher Suche seid, wo ich einfach alles mache für euch und ihr nichts macht, dann ist das nicht für euch, okay. Ich will euch das wirklich beibringen und damit ihr wisst, wenn ich euch da frei lasse vom Mastermind genauer wisst, was ihr tun müsst, um zu wachsen, um größer zu werden, um mehr Umsatz, mehr Kohle zu machen, okay. Ja, das war es zum Thema Updates, News. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen hier im Gesammelten mal beantworten. Für diejenigen, die Mastermind mir schon per E-Mail geschrieben haben, die Bewerbung, habe ich einfach geantwortet mit einem Link, okay, wo ihr die Fragen durchgeht und wie gesagt, ansonsten die Seite ist fertig. E-Combination sollte jetzt auch klar sein. E-Combination kommt nächste Woche. Ach ja, weil ich Facebook Mastery, Ads Mastery, glaube ich nicht, dass ich heuer noch fertig werde. Also ich plane Januar, Anfang Januar, Mitte Januar, weil auch sehr, sehr viele, FB Ads Mastery ist ja ein Massenprodukt, wo wir wirklich auf mehrere Businessmodelle eingehen, so wie Network Marketing, Affiliate Marketing, Digital, E-Commerce, traditionelles E-Commerce, auch Consulting und so weiter und so fort. Das heißt, wir möchten oder ich möchte zumindest wirklich einen Facebook-Kurs kreieren, der wirklich jedem helfen kann, egal was du machst, okay. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Das heißt, der Launch sein. Und das war es dann auch schon für das erste. Das ist schon ziemlich viel und viel mehr Wissen habe ich eigentlich nicht. Ne. Ja, das war das News-Updates. Also, wenn ihr 50 Euro in euer Paper-Konto nächste Woche haben wollt, wie gesagt, Hashtag Rick, wenn ihr gekommen seid, abonniert mich, die Nachrichten aktivieren. Ich werde dann den Gewinner bekannt geben nächste Woche. Und ja, Giveaways werden wirklich sein. Okay? Cool. Das war es zum Thema News-Updates und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.